Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und es hat ja eine Weile gedauert seit dem letzten Video. Tatsächlich, ich glaube inzwischen fast, naja, zwei Monate, zweieinhalb Monate. Das hat einfach damit zu tun, dass ich im Moment umziehe und auch mir ein neues Studio baue. Und das ist noch nicht ganz fertig. Und deswegen habe ich erstens sehr viel Zeit investiert, um da jetzt alles fertig zu machen. Und zweitens blieb da nicht viel weitere Zeit, um weitere Videos aufzunehmen. Das soll sich aber in Zukunft jetzt wieder ändern. Und ich fange heute damit an. Und zwar gibt es ein neues Video zum Thema Radiant Photo. Wer meinen Kanal schon etwas länger verfolgt, der weiß, dass ich auch schon Videos zu Radiant Photo gemacht habe. Und du wunderst dich jetzt vielleicht, er macht ein Video zu Radiant Photo, hat aber Lightroom offen. Ich nutze Radiant Photo tatsächlich immer als Plugin für Lightroom. Das bedeutet, ich habe meine normale Bildverwaltung in Lightroom. Da importiere ich alle Bilder, mache vielleicht so ein paar Voreinstellungen und werde dann aber mir durch Radiant Photo das Ganze wesentlich vereinfachen. Kleiner Tipp für alle, die Radiant Photo noch gar nicht kennen. Unten in der Videobeschreibung, da gibt es einen Link. Da kannst du Radiant Photo kaufen. Es ist auch kein Abo-Modell, sondern du kaufst es einmal. Ist ja für viele vielleicht auch interessant, die das Adobe-Abo-Modell nicht so mögen. Also das heißt, man kauft es einmal und hat dann die Lizenz. Das Schöne daran ist, wenn du das über den Link machst und mit dem entsprechenden Code kriegst du, ich glaube, 10% Rabatt nochmal. Ich kriege auch eine kleine Provision. Das heißt, wir haben beide was davon. Radiant Photo hat ein neues Update rausgebracht. Und da ging es vor allem um Portraitfotos. Deswegen habe ich jetzt hier auch mal ein Portraitfoto offen. Normalerweise mache ich ja eher Landschaftsbilder. Aber in diesem Update haben sie sich besonders auf die Portraitfotografie konzentriert. Und dort gibt es zwei größere Neuerungen, sage ich mal. Zum einen gibt es, sie nennen es Natural Beauty. Das heißt, man hat noch mehr Möglichkeiten, in der Portraitbearbeitung mehr Sachen zu machen, die halt auch fast alle automatisch funktionieren. Das ist schon echt cool, also wenn man Zeit sparen möchte. Und es gibt so ein paar neue Farbtools, wenn wir dann ins Color Grading reingehen. Und das möchte ich dir heute mal zeigen. Das heißt, ich werde jetzt hier eigentlich in Lightroom nur mal so ein bisschen die Tiefen aufhellen und die Lichter vielleicht so ein kleines bisschen abdunkeln und ein bisschen mehr Belichtung reingeben. So, mehr will ich hier in Lightroom gar nicht machen, sondern ich möchte dir zeigen, wie Radiance jetzt dieses Foto verbessert. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Ja, es gibt hier so ein paar kleine Hautunreinheiten, die wir vielleicht noch verbessern können und so weiter und so fort. Und ich mache jetzt hier einfach mal einen Rechtsklick drauf, sage Bearbeiten in und dann Radiant Foto. Das Ganze soll eine Kopie mit den Lightroom-Anpassungen werden. Bedeutet, das Ganze wird jetzt eine neue TIF-Datei. Also die Original-Raw-Datei bleibt in Lightroom, wird ja sowieso nicht, die Datei wird ja sowieso nicht angefasst. Aber es wird eine neue TIF-Datei erstellt, das heißt, du kannst dann auch diese beiden Dateien später noch mal gegeneinander bewerten. So, und jetzt wird Radiant Foto hier geöffnet und wir sehen, unser Bild wird jetzt hier auch direkt reingeladen. Und es passiert, was automatisch bei Radiant Foto immer passiert, es wird direkt ein sogenanntes Smart Preset angewendet. Hier siehst du auf der linken Seite diese Smart Presets, da gibt es verschiedene, das heißt, Radiant erkennt automatisch den Inhalt des Fotos und hat jetzt hier Menschen dunkler Hintergrund als Smart Preset angewendet. Ja, ich würde sagen, das passt schon mal ganz gut, also dunkler Hintergrund ist es, es ist ein Mensch auf diesem Foto zu sehen, von daher passt dieses Smart Preset auch ganz gut. Und was dieses Smart Preset macht, das sieht man jetzt hier auf der rechten Seite, dort gibt es nämlich, wie in Lightroom im Prinzip auch ähnlich aufgebaut, verschiedene Regler. Und hier sind einige Regler schon aktiviert, die sind auch schon ein bisschen nach rechts gezogen, das bedeutet, dieses Smart Preset hat jetzt hier schon verschiedene Regler einmal aktiviert und damit das Bild bearbeitet. Und ich zoome mal ein bisschen näher rein und wir schauen uns jetzt mal das Gesicht ein bisschen genauer an. Ich hoffe, man sieht es in dem Video jetzt auch ähnlich gut wie hier direkt am Display, das heißt, das ist jetzt hier mal das Vorherbild und das ist das, was Radiant ganz automatisch, nur weil ich das Bild reingezogen habe, jetzt daraus gemacht hat. Und man sieht schon, finde ich, einen krassen Unterschied. Also zum einen wurden jetzt hier die Augen sehr stark und gut betont, ohne dass es jetzt übertrieben wirkt, aber sie wurden nochmal geschärft. Die Iris wurde hier nochmal betont, hier unten die Augenringe wurden ein bisschen weniger gemacht, hier auch die Hautunreinheiten sind ein bisschen besser geworden, sie sind nicht komplett weg. Da bin ich auch ein großer Freund von, dass sie nicht komplett verschwinden, weil das würde dann auch irgendwie unnatürlich aussehen. Solche Sachen, hier so ein kleines Muttermal, sowas bleibt komplett erhalten, finde ich auch gut. Also sie soll ja nicht am Ende wie so eine Barbie-Puppe aussehen, sondern es soll halt schnell und einfach eine gute, vernünftige Bearbeitung draufgelegt werden, ohne dass man es übertreibt. Und genau das tut Radiant-Foto. Und es tut es auch übrigens nicht nur in der Porträt-Fotografie, sondern genauso auch in der Landschaftsfotografie. Wie gesagt, guck dir mal meine älteren Videos an zu diesem Programm. Dort habe ich auch viel mit Landschaftsfotos gearbeitet. Der CEO ist Elia Locardi, auch selber weltweit bekannter Landschaftsfotograf, der dieses Programm mitentwickelt hat. Und es funktioniert, wie gesagt, sehr, sehr gut auch für Landschaftsbilder. Nur dieses Update jetzt, was rausgekommen ist, ist tatsächlich so ein bisschen mehr konzentriert auf die Porträt-Fotografie. Deswegen das Porträt-Bild. Okay, also ich finde jetzt die Bearbeitung hier schon mal richtig gut. Wir können ja das Ganze jetzt noch mal ein kleines bisschen weiter rauszoomen, dass man jetzt hier zumindest mal das gesamte Gesicht sieht. Und was wir jetzt hier machen können, wir haben jetzt hier zwei verschiedene Paletten, nämlich einmal so diese Grundeinstellung, wie ich sie nenne, und einmal so ein Porträt-Modus noch. Die große Neuerung ist eigentlich, wenn wir hier mal weiter nach unten scrollen, hier Hauttöne. Hier wird jetzt automatisch ein Hautton erkannt. Ich könnte jetzt aber Radiant auch sagen, pass mal auf, sie hat eine etwas dunklere Haut. Und entsprechend wird dann die Umgebungsbeleuchtung und so weiter auch noch so ein bisschen mit angepasst. Das heißt, wenn ich jetzt sage, jetzt ist es ein sehr dunkler Hautton, dann ist es ein bisschen andere Umgebungslicht, als wenn ich jetzt hier den eigentlichen Hautton einstelle, der doch sehr, sehr hell ist. Dann haben wir hier so verschiedene Regler, die wir noch einstellen können. Hauttonbalance, Detailbalance, Infrarot entfernen. Also das heißt, wir können ja hier auch noch wirklich verschiedene Dinge machen, womit wir das Bild noch besser machen können. Die aber teilweise auch schon sehr, sehr gut automatisch durch dieses Smart Preset entfernt wurden. Also ich möchte jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen und hier die einzelnen Regler erklären. Dazu gibt es teilweise schon Videos, teilweise werde ich dazu auch noch Videos machen. Mir geht es erstmal darum, dass wir hier so ein bisschen zeigen, was jetzt tatsächlich neu ist an diesem Update. Und wie gesagt, das ist eins davon. Also dieses Natural Beauty, das mit der Hauttonerkennung, das funktioniert hier auf jeden Fall schon mal richtig gut. Und auf der anderen Seite, ich gehe jetzt mal hier in den Portrait-Modus rein, haben wir hier natürlich auch noch die Möglichkeit, einzelne Partien des Gesichts zu bearbeiten. Wie zum Beispiel die Augen. Also hier wurden zum Beispiel die Augen schon betont. Auf 25 könnte es jetzt noch wesentlich doller machen. Dann siehst du schon, wenn ich es jetzt richtig aufdrehe, dann ist es viel zu viel. Das heißt, dieser Wert von 25, der war hier schon ziemlich gut gewählt von Radiant. So, dass es gut aussieht und ohne, dass es übertrieben ist. Und genauso kann ich jetzt auch die Augenringe hier mal noch stärker entfernen. Das sieht man jetzt hier auch sehr, sehr gut. Wenn ich das jetzt auf 100% stelle, dann sieht es schon sehr popenmäßig aus. Möchte ich auch nicht zu doll machen. Aber ein kleines bisschen mehr, als Radiant eingestellt hat, finde ich, kann man es machen. Deswegen stelle ich es jetzt mal so auf 40. Und so kann ich jetzt durch die verschiedenen Regler hier noch durchgehen und natürlich ein bisschen noch mehr machen, wenn ich jetzt sage, so das ein oder andere könnte vielleicht noch ein bisschen mehr sein. Hautunreinheiten entfernt steht auf 25. Wenn ich den jetzt mal höher drehe noch, dann sieht man, wie jetzt hier an der Stirn zum Beispiel, wesentlich mehr die Hautunreinheiten weg sind. Aber die ganze Haut wird dadurch auch sehr viel glatter gezogen noch. Und das ist jetzt schon ein bisschen viel, muss ich sagen. Also mir persönlich wäre es zu viel. Das sieht jetzt schon sehr nach Puppe aus. Deswegen stellen wir den Wert mal vielleicht so auf 40. Also ein kleines bisschen mehr kann es ja sein, aber halt nicht zu viel. Ich finde, gerade in der Porträtfotografie darf man es nicht übertreiben. Da habe ich in der Landschaftspotografie vielleicht ein bisschen mehr Spielraum, aber in der Porträtfotografie, finde ich, sollte es einigermaßen realistisch bleiben. So, jetzt kann ich hier zum Beispiel auch den Glättenregler noch einstellen. Glättungsart, dezent. Da gibt es hier super glatt auch noch. Dann sieht es wirklich aus wie so eine Puppe. Und auch hier kann ich die Stärke jetzt zum Beispiel noch einstellen. Das sind alles so kleine Sachen, die man da noch machen kann. Ich könnte auch hier noch ein Make-up geben. Also kann hier zum Beispiel auch noch sagen, ich möchte so ein bisschen Rouge auf die Wangen geben. Jetzt auch viel zu viel natürlich müsste man der Stärke wesentlich geringer machen. Aber so könnte ich zum Beispiel die Wangen hier noch mal so ein kleines bisschen betonen. Also vorher und nachher. So ein ganz kleines bisschen, wenn ich das denn möchte. In dem Fall brauche ich es nicht unbedingt. Aber hier gibt es auch die Möglichkeiten, schnell und einfach noch so ein bisschen Make-up hinzuzufügen, wenn man das denn möchte. Okay, gucken wir uns mal die zweite Neuerung an. Wir waren bisher im erweiterten Modus. Ich gehe jetzt mal ins Color Grading. Das ist so der letzte Schritt, den man hier in dem Programm macht. Und hier gibt es jetzt eine selektive Farbkorrektur. Das ist auch ähnlich wie in Lightroom. Da kennt man es auch, die HSL-Tabelle. Jetzt könnte ich hier zum Beispiel reingehen und sagen, ich möchte den Rotkanal bearbeiten. Den könnte ich jetzt im Farbton verschieben. Und dann sieht man auch gleich, was hier passiert. Wenn ich den Farbton verschiebe, verschiebe ich ihn mal so um zwei. Also ein ganz kleines bisschen. Ich könnte jetzt noch die Sättigung hochdrehen. Zack, dann sieht man, dass alle Rottöne hier in dem Bild sehr stark gesättigt werden. Ich kann aber auch die Rottöne so ein bisschen rausnehmen. Stellen wir sie mal so auf minus zwei ungefähr. Und genauso könnte ich jetzt auch in den Gelbton noch reingehen und hier vielleicht die Sättigung ein bisschen hochdrehen. Spreche hier nochmal so ein bisschen die Hauttöne auch mit an. Und genauso könnte ich jetzt zum Beispiel auch noch ein warm, kalt, eine Gewichtung reinbringen. Das heißt, ich könnte die Warmtöne noch ein bisschen wärmer gestalten, wenn ich das denn möchte. Kleines bisschen vielleicht, aber auch nicht zu viel. So, und jetzt gucken wir nochmal vorher und nachher, vorher und nachher. Und das hat, wie gesagt, Radiant Photo fast komplett alleine gemacht. Ich habe dir ein bisschen noch nachgeholfen natürlich. Aber grundsätzlich, finde ich, hat Radiant hier aus diesem Porträt super schnell, einfach nur indem ich es reingezogen habe, ein super Ergebnis gemacht. Wenn ich damit fertig bin, speichere ich das Ganze einmal. und dann wird diese TIFF-Datei jetzt zurück an Lightroom übergeben und dann kann ich theoretisch in Lightroom nochmal weiter bearbeiten oder es dann einfach exportieren und ich bin fertig. Also eine mega coole Sache, wie ich finde. Radiant Photo ist für mich super. Ich nutze es, wie gesagt, sehr gerne als Plugin, weil ich damit einfach super schnell zu super Ergebnissen komme. Ist auch gerade sehr interessant, wenn man zum Beispiel in der Hochzeitsfotografie unterwegs ist und vielleicht mal tausend Bilder bearbeiten muss, wo man einfach schnell eine kleine Hautbearbeitung machen kann, die dezent ist und die aber trotzdem on point ist. Also gerade für sowas finde ich es richtig cool und man kann, wie gesagt, auch super mit einer Batch-Verarbeitung arbeiten in Radiant. Also, falls du Radiant interessant findest, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung einmal den Link anklicken. Da gibt es, wie gesagt, 10% mit dem Rabattcode dazu und dann kannst du es dir einfach mal anschauen und ausprobieren. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Dieses kleine Update-Video jetzt erstmal. Schreib mir gerne in die Kommentare, wenn ich noch ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen soll und vielleicht auch mal wieder bestimmte Tools in Radiant erklären soll und so weiter. Dann gerne in die Kommentare damit. Ich freue mich auf das Feedback und ansonsten gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast, damit du keine weiteren Videos verpasst, denn in Zukunft wird auf diesem Kanal definitiv wieder mehr passieren. Ich freue mich und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß beim Fotografieren und vor allem beim Bildbearbeiten. Ciao.